Hallo, Tautor wieder hier und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege mit Daru, Alex, Kundran und Erdi. Girlie Boy! Ihr macht heute Kills. Erdi macht heute Kills, ja. Ich weiß nicht, wir haben euch den Kussrat gefallen. Nein, nein, nehmen wir schon wie ein richtiges. Gibt es irgendeinen Operator, die dieselben Waffen haben? Ist das nicht der Pult? Ne, das sind die Deutschen, oder? Ähm, Jäger oder Wendel? Ja, doch, stimmt. Guck mal Jäger an. Aber Jäger hat das Gewehr schlechthin. Ja, das stimmt. Jäger hat das beste Defense-Gewehr. Nein, jetzt hab ich den! Jetzt hat er Schraubstern. Was hat er? Oh, das wolltest du doch, oder nicht? Allerdings den Spaß. Ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken. Ich, ich, ich will was anderes. Ich wollte gucken, ob er die Shotgun hat. Hat er, ne? Ja, die Shotgun. Dann musst du einfach ne Leertaste drücken, dann siehst du, was er hat. Ich wollte nur gucken, dass er nochmal realisiert, dass er das Falsche genommen hat. Alex hat vier Aufsätze auf seiner Waffe. Mit P90? Ich hab vier Aufsätze, ja. Können wir bitte 3 zu 0 gewinnen? Warum? 0,3 incoming, haben sie geschrieben. Ja. Und jetzt schreibt der Leblah, schreibt gerade, was ist A-DALU? D-A-L-O-U. Also, DALU. Oh Mensch, da haben die 0,3 für uns oder für die? Für die. Die wahrscheinlich. Ja, für uns. Soll ich hier irgendwann auflassen? Wer weiß, die müssen ja nicht schlecht sein. Die können doch voll gut sein. Leute? Du hast doch gerade ne 0er Streaker. Okay, das ist gut. Das ist gut. Alex, willst du hier noch ein Fenster ranbringen? Wo? Das ist halt gefährlich. Wenn die den Raum einnehmen, haben wir verkackt, ne? Oder hier. Ja, da kann ich eins machen. Jetzt kannst du ihnen zeigen, dass du keine hast. Tauta, kannst du die Tür dazu machen, bitte? Welche? Ja. Und dann geht erstmal meine Position weg, das ist meins. Nein, such dir dein eigenes Fenster. Das ist mein eigenes Fenster. Okay, dann gehe ich da hinten hin. Mann, Alex, warum wirst du das nicht am Kopf? Schockdrohne kommt rein. Early. War langweilig. Ich hab die Schockdrohne weggemacht. Ich hab die weggemacht. Ah, du bist da oben. Ich bin wieder gegen das Mikrofon gehauen. Ich such die Facecam weg. So. Nicht gegen das Mikro, sondern gegen die fette Kamera gehauen. Wie mieses. Ja. Ich kann durch die Tür nach draußen gucken. Hab ich keine mehr. Ich sag, wir sind von hier verwohnt. Das müssen wir aufpassen. Hat noch jemand eine Wand? Ich hätte, aber ich will hier nicht runter. Ich springe die dann ab. Da drüben am Fenster. Bei mir. Oh, wo geht das? Es trifft mich hier oben. Es killt mich da oben. Als ob. Es ist so verbuggt die Scheiße. Ja, das Ding hat eine Riesenrange inzwischen. Early nochmal bei dir. Ich halt. Hab ich. Hast du sie? Ja. Sind alle drei weggemeint. Hat mich aber getroffen. Äh, Fenster. An dem langen Fenster bei Early. Du hast noch eine Pistole. Hab ich zweimal gehittet? Du müsstest wirklich einen Headshot machen. Alles andere würde nicht zählen. Ja, ich seh's. Da wird noch geschwitzt. Da war er, Olli. Olli! LOL. Mann! Ja, Shotgun ist kack. Ich hasse Shotgun. Aber du hast ihn doch vorher schon gesehen. Da ist er. Ja. Schön, Tautau. Ich markiere euch, Glass. Markiert. Ah, fuck. Immer noch an dem Fenster bei Kunran. Drei Viertel Leben. Da ist Glass. Glass steht dort immer noch. Ja, ich einkt ab. Äh, nicht raus mit dem... Komm, Korn. Glass kommt. Der wird auf dich warten können. Dann geh schießen drum oder so. Das Problem ist, dass ich von der Tür hinten links dann halt... Ich kann dir nicht helfen. Ich bin von zwei Seiten abgeendet. Jetzt musst du rum. Ne, okay. Okay, es wartet. Hab ich ihn bitte getötet? Nein, du tötest mit der Granate nicht. Aber... Die ist ihm im... Ja, ist egal. Die macht ja keine 100 Damage. Links. Links, Alex. Nochmal im Fenster. Rein. Ich kann nicht rein. Verpackt. Ja. Ach, schade. Ist nicht verpackt. Ist nicht groß genug. Du bist einfach zu klein. Hä? Ne, es war Voltendran angezeigt, aber ich konnte nicht durch, weil ich gedrückt habe. Oh, okay. War für mich noch offiziell zu dann. Die Impact-Granate, die trillt nicht. Die macht 30 Damage oder so. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte, ich... Tatsächlich aber, wenn man davon getroffen wird, dann ist es mehr. Weil ich hab ihn ja abgeworfen damit. Mann, Mann, Mann. Buggy soft hier. Das war einfach nicht groß genug. Doch, was stand da Voltendran? Ja, vielleicht war dieser Balken, diese Strebe da, dass du... Also, so als wenn du nur ein Brett brauchst oder einen Tisch, ne? Diese Tischplatte. Aber du konntest halt nicht Voltend, weil die Wand noch da war. Aber sobald das Voltensymbol kommt, kann man Volten. Ne. Wenn man spammt. Ich glaube... Nein, nein, nein. Die Wand war einfach noch nicht offen. Das war offensichtlich. Selbst wenn es dran stand, war es offensichtlich. Ich bin doch nicht so fett. Willst du sagen, dass ich fett bin? Es wäre eher ein Bug gewesen, wenn du durchgegangen wärst. Das wäre eher von Bug gewesen. Du bist hier oben hängen geblieben. Ein fetter Arsch, ey. Ja. Wirklich. Immer das gleiche mit die Spanier, oder? Ja. Stimmt. Das ist ja Spielheitsideal bei denen. Ich check gerne, ob wir gleich einen Spot haben. Ja, der sieht den auch nur downen, ne? Den Typen. Ne, die haben einen anderen Spot. Ja, hier unten. Da markiert. Okay. Ich glaube, die Frost schon einmal angeschossen. Das Workshop, normal. Ja, jup. Sieht so aus, oder? Ne. Hier kann man Eingangstür auf Frostfalle im Stachelrad. Ja, sieh, das ist das Workshop. Na, der Serverraum ist das. Entschuldigung. Hier war doch mal ein Loch irgendwo, oder? Ah, das ist da vorne. Wo bist du? Da. Ja, da. Da kommen wir nicht. Ja, die Kamera drinnen ist schon mal weg über der großen Tür. Jetzt bleibt da meine Kamera. Ich krieg hier einen Anfall. Ja, machst du doch kaputt. Hier ist eine Kamera von, also Doppeltür. Direkt zum Raum ist noch eine Kamera von, vom Black Eye. Oh, irgendwas wurde angeschossen? Ja, Frost. Nice. Aber jetzt sollen wir schon. Die wollte gerade die Tür zu machen. Hier ist einer, macht gerade eine Tür zu. Ja, Frost. Ihr müsst eigentlich nur durch die Tür schießen, die ganze Zeit schon. Wie hältst du denn deine Waffe gerade? WTF? Problem damit. Du hältst die Waffe, als ob das eine Stole wäre. Die steht immer noch an der Tür. Habste. Warte, noch eine an der langen Tür. Denk dran, die, ähm, die Frostfalle. Habe ich weggemacht? Severa ist noch im Tap-Raum. Oben drüber ist einer. Severa ist im Tapping-Room. Wir werfen mal vor sich drüber. Vorne links ist einer. Severa... Wir werfen Granaten rein. Severa ist voll abgelenkt auf die Drohne. Jetzt... Ja. Immer noch. Mann, dieses blöde Headset will nicht. Schön. Einer von uns tappt, oder? Ja, natürlich. Ich bin an der anderen Tür. Da ist einer drin, da, glaube ich. Ja. Hab ich. Andere Tür. Hilft mir einer? Oh, was war das? Wer hat mich geflasht? Hinten im Raum muss er sein. Ja, hinten im Raum. Hinter die Bergwächten. Ist tot. Die kriegt mein Name ab, das meine ich. Hey! Oh, jetzt lieben sie. Ja, einer ist da nur gegangen. Ich hab doch da Granaten hingebracht, da sieht man sie sogar noch. Jetzt die zweite hätte sie gekillt. Die zweite hat meine Drohne noch kaputt gemacht. Ich hoffe, dass es gab Minuspunkte. So, Early, jetzt nimm mal wen richtiges hier. Aber nicht den Jeja. Warum hat Early eigentlich drei Kills, weil weniger Punkte als ich. Ja, Early die wenigsten Punkte. Aber die Cavera ist halt überhaupt nicht drauf klarkommen, dass ich da umgesetzt bin. Irgendwie mach ich mit Twitch Punkte, aber ich mach halt keine Kills. Kamera kaputt machen, Spot machen. Ja, ich mach natürlich auch pro Hit und so, ne? Ja. Ist ja alles richtig. Du bekommst vor allem doppelte Assist-Punkte. Moment, irgendeiner hat mir grad den Rook geklaut. Seh ich jetzt erst. Ich hab Rook down geschossen und den hat mir dann noch einer abgestaubt von euch. Ich nicht. Das war wichtig. Ja, deswegen. Dafür gibt's auch keine Punkte. Doch, dafür gibt's auch keine Points, ey. Deswegen hat man auch so wenig Points mit drei Kills, wo ich nur Assists kriege. Mann ey, irgendwie ist mein Headset heute scheiße. Hast bestimmt auch Funk, ne? Ne, das ist irgendwie, inzwischen ist es so alt, also alt, dass halt diese Polster nicht mehr so wirklich geil sind und dadurch drückt das halt an manchen Stellen. Hä, dann, ne, die Polster werden ja erst geil, wenn die richtig alt sind. Ne. Dein, dein Headset, ich soll ja mal aus dem Wanderer sein. Weil, ich hab, bei nem neuen Headset finde ich das immer voll kacke, weil das auf den Ohren so weh tut, weißt du? Ja. Und das muss erst drei Jahre lang, äh, auf so nem Stuhl gespannt werden. Das, dann ist das richtig geil. Weil, wo gehen wir denn jetzt? Ja, weil sie nicht 3-0 gewonnen haben. Hm. Vielleicht immer mal Early, die geflamed hat, oder so. Hm, Early, ey. Was macht Early denn immer? Ich hab's eben gefragt, was da mit meinem Auto noch steht. Hab's gerade gesagt, oh, bah! Das ist supergeil, Kontra, wenn du jetzt hier hochguckst, zu mir. Geh mal an die Kante, dann kannst du die Tür komplett halten, wenn einer reinreist. Moment. Oh, shit. Kannst von draußen nicht gekillt werden, weißt du? Early, kannst du mal hier die Treppe halten, ebens? Muss halt nur von unten aufkommen. Moment, 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 Moment. Äh, ja. Oh, da lieben sie. Ne, ne, sind zwei Weihler oben, hier ist Fuse. Alles abgewehrt, eine nicht. Ah, eine geht immer durch, ja. Nächste Fuse. Was? Ich dachte, die nächste Fuse wäre angebracht worden, aber... Nö, kommt gleich wahrscheinlich. Das waren einfach nur Schritte. Ne, heute wird nicht. Ne, wird aufgeschossen. Heute macht mir Rainbow wieder sehr viel Spaß. Ich hab zwar nicht die meisten Kills, und auch die Runden sind eigentlich blöd, weil immer Leute liefen, aber... Es ist sehr lustig. Ja. Was war denn das für ein Geräusch schon wieder? Klimanlage ist jemand. Hier. Gehst du grad da, Lu? Nein. Wirklich? Was? Da wurde da hinten geschossen. Da muss da einer sein, ey. Ich bin zu spät. Ich wollte den Fuse killen. Ich wollte den Fuse killen. Ich bin zu hochgelaufen. Jetzt nur die Frage, Tau, war das der an der Tür oder am Fenster? Fenster, Fenster. Da hinten drin, dass ich da die Tür eh halten könnte. Oh! Sorry, sorry, sorry! Da ist das Fenster da. Weiß noch? Ein Fehler. Ich bin durch hinten gehörn. Das ich... Ich brauche hauptsächlich nach unten, dass wir nicht reinstecken. Bei mir ist das was? Outside. Da ist irgendwo hinten bei der Klimatransformator. Oh, das ist glatz. Alex, guck mal durchs Fenster, siehst du da was? Oh, jetzt kommt die Tür. Jetzt kommt die Tür. Alex, hinter dir hat das Fenster. Mira Fenster. Ist da was? Alex nicht, Alex! Halt die Schnauze! Wir sehen nix. Ich hab einen. Ah, den hätte ich jetzt auch gehabt. Bin gerade rausgesprungen und... Da drin. Ah ja, hinten. Da ist einer durch. Zu euch. Der ist rechts von euch close. Hab ich. Ach, ich wollte gerade ein Messer und hatte Angst vor der Bärenfalle. Ich musste gut überlegen, welches Team. Wie? Du hast einen Huda. Wie? Ich wollte eigentlich schauen, ob der nach draußen hängt. Kann der hier vielleicht mal irgendwo kommen, wo ich ihn sehen kann? Warum hast du mich angeschossen, du Bobo? Ich hab mich nicht angeschossen. Wie viel Damage hatten das gem... Jetzt macht er meine Deckung hier weg. Und Conan ist gemütlich, ne? Das ist super hier. Aber ich seh halt keine Gegner. Hier irgendwo. Na gut, waren nur drei, ne? Ja. Ja. Irgendwo rappern können. Wäre so geil, wenn du jetzt hier auch noch hoch... wieder hochklettern könntest. Ich seh... Ich seh das Seil. Du siehst da, wenn ich hier langlaufe. Ich seh da... Ja, ja. Ne? Schade, ich wollte gerade rausrufen. Guck mal, wie geil das... Du siehst bei mir das Seil den Schatten unten an dem Geländer. Seht ihr den? Ja, ja, ja. Und da filter. Ich wollte gerade links rausspringen. Juhu! Alexa. Alexa ist mir genau wieder angegangen. Warum eigentlich? Ist es so schlecht, dass es... Na gut. Naja, Alex... Es reagiert auch auf Alex. Also du müsstest es nicht mal Alexa nennen, du kannst auch einfach nur gezielt Alex sagen. Na. Es ist halt dieses L-E-X, worauf es glaub ich hört. Und Echo kannst du ja nicht benutzen bei Echo. Was wär das andere? Es gibt doch drei Sachen, oder? Also du sagst, glaub ich, häufiger Alex, weil wir mit dem aufnehmen, als Echo. Was wär denn das dritte? Du konntest ihm drei Namen geben. Echo? Amazon, glaub ich auch. Genau, Amazon war das. Na, das sagt man ja auch für oft. Das benutzt du auch noch häufiger. Also dann... Ich glaub, Echo benutzt du dann... Warum ist das Ding nicht Kevin? Kevin? Ja, dann könntest du es im Osten nicht verkaufen. Kevin! Ich hatte... Das ist aber nur Spaß. Ja, an alle Leute, die Kevin heißen, das ist nur Spaß. Ich hatte... Ich bin... Auf YouTube hab ich wieder so alte Kinderserien-Intros gehört, so weißt du. Und bin bei den Kickers gelandet. Und der Top-Kommentar war, vor drei Jahren, auch damals, war Kevin schon der größte Assi. Das ist nur Spaß, Leute. Ich fand das halt einfach nur witzig, ja. Also Kevin war ja der Raus-Ball-Deck-Kass. Ah, kommt die jetzt in den Raum, was wir in der ersten Runde Kopf haben, oder? Ja, müsste. Dann können wir gern... Ich frag mich auch echt, wie das... Wer hat noch Granaten mit assumiert? Äh, ne. Ich frag mich, wie das zustande gekommen ist. Ach, der wurde einfach nur random von wahrscheinlich irgendeinem relativ großen YouTuber-Streamer oder was für... Whatever für'n Influencer. Äh, den Namen Kevin als Sündenbock genommen. Vielleicht war's... Vielleicht hieß der Typ auch einfach Kevin, der irgendwie Mist gebaut hat. Das hat sich so rumgeschwommen. Keine Ahnung, was dann wirklich die... Der... Auf dem Schrank da liegt einer da noch. Ähm, wer ist denn eine Snatch-Bomb gekommen? Ja, der ist eigentlich schon so rumgeschwommen. Die kommen aber ganz mit hoch. Werfen wir von oben in den Dromen die Klamaten rein. Was ist denn das hier? Wir spielen Hostage, oder? Nee. Nee, secure. Secure. Der ist weg vom Schrank. Ähm, ist es einer in... Die Richtung... Ich hab ein Injured! Noi. Wo denn? Äh, ihr habt von ganz oben in die Kuppe die, ähm... Also Objective Room, aber ganz oben ne Ding reingeworfen. Ähm... Hab auch einen Injured! Noi. Ernsthaft? Und jetzt hab ich ihn gekillt. Ganz oben kannst du dir die Ding reinwerfen. Gut. Fehl. Mann, was ist denn das? Irgendwas juckt hier. Ich wurde gespottet. Ja. Nein! Die Kamera ist aber weg. Valkyrie. Valkyrie! Geht doch mal in die Kamera. Hahaha. Hör die, soll ich dir da vorne aufmachen? Ah ne, ist... Ist doof. Da geht sie mal in die Kamera. Das ist auch, ne? Ist da in Armory einer? Keine Ahnung. Ich hab nur ein Fenster aufgeschossen. Angeschossen. Ich bin auf jeden Fall gespottet. Oh, gar ein Mirror Fenster angebohrt. Irgendwo vor mir. Prost. Hab ich aufgemacht. Oh, was ist jetzt los? Oh. Hallo, kill ihn. Zu spät. Meine Tür war noch zu, leider. Sorry, Early. Ah, scheiße. Ich hab doch gesagt, hinter dir. Du hättest einfach durch die Türballer könnte. Hallo, du Arzt. Hä, du hast mir aber nicht gesagt, dass er da ist? Ich dachte, du bist da drin. Nee, ich war auf deiner Seite leider noch. Rook in Armory mit Shotgun. Vorsicht. Ah, fuck. Der Rook ist auf 50 runter. Ich hab zwei Frostfahren zerstört heute. Was ist denn das? Ist da irgendwas Unsichtbares? Einer ist in diesen Armory fliegen. Ah, das ist Rook wahrscheinlich. Ja, okay, es ist. Okay, Armory. Rook ist noch Rook, aber der hat 50. Du bist außerhalb des Raumes da, Pablo. Weil ich den kill wollte. Er ist jetzt drin. Links, links. Gut dran. Aber Alex hat ihn schon. Ich wollte grad... Man kann hier rüberspringen, ne? Das haben die irgendwie gepatcht. Aber irgendwie komme ich grad nicht auf den Trigger. Das ist die Buss. Das ist aber auch eine miese Taktik. Ja, ja. Naja, aber okay. Du hast halt ein Fenster geblockt. Okay, ne? Du hast halt... Ja. Findest okay. Es gibt schlimmere Bugs. Das finde ich noch in Ordnung. Ja, das war's, ne? Erwin Park, das war eine schöne Runde. Schaut bei den anderen vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Machen sie es gut. Tschüss. ENDE 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 Untertitelung des ZDF, 2020